Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauer. Mein Name ist Roland Kaiser, falls Sie mich nicht erkennt oder erkannt haben. Ich bin es wirklich und ich würde Sie herzlich gerne einladen, am 31.07. am Flumserberg mit uns, meinen Kollegen und mir gemeinsam einen herrlichen Obmeerabend zu feiern. Bleiben Sie gesund bis dahin, kommen Sie recht gut hin und bis dahin alles Gute. Tschüss, Ihr Roland Kaiser.